Die Nachricht ist gerade rausgekommen, Bestätigung für einen neuen Trainer bei Eintracht Frankfurt. Die Fans werden verrückt werden und das nicht glauben können. Endlich passiert es und es finden große Veränderungen im Verein statt, darüber wird nur gesprochen. Es ist bereits vollständig bestätigt. Aber bevor ich es dir verrate, wenn du ein echter Fan bist, überprüfe, ob du bereits auf dem Kanal abonniert bist und aktiviere die Benachrichtigungen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Eintracht Frankfurt hat einen neuen Trainer. Nach reiflicher Überlegung und der Entscheidung, den Vertrag des Trainers, dessen Vertrag im Sommer nicht verlängert wurde, nicht zu erneuern, wurde nun bestätigt, dass Dennis Schmidt die Position für die U21 übernehmen wird, und zwar als Nachfolger von Christian Gliebo. Der Verein brauchte eine Weile, um einen Ersatz zu finden, aber schließlich hat man in Schmidt jemanden gefunden, der vom SC Paderborn kommt, wo er die U21 des Vereins trainiert hat. Schmidt, 31 Jahre alt, bringt seinen Co-Trainer aber Mustafa mit und freut sich bereits darauf, anzufangen. Sein erstes Treffen mit dem Team ist für den 13. Juni geplant, wenn die Vorbereitungen für die neue Saison beginnen. Der neue Trainer glaubt an die Bedeutung der Talententwicklung und ist entschlossen, zum Erfolg des Vereins in diesem Bereich beizutragen. Alexander Richter, Leiter des Jugendleistungszentrums von Eintracht, äußerte sein Vertrauen in die Wahl von Schmidt und betonte die Bedeutung der Trainer für die Entwicklung der Spieler. Schmidt, der seine Spielerkarriere aufgrund einer Verletzung beenden musste, ist begeistert, für einen so renommierten Verein zu arbeiten, und hat es sich zum Hauptziel gesetzt, junge Talente zu fördern. Schmidt, der in den Jugendabteilungen von FSV Mainz 05 und Würzburger Kickers gespielt hat, ist begeistert von der Möglichkeit, zum Entwicklungsprozess der Spieler von Eintracht Frankfurt beizutragen. Seine Erfahrung als Spieler und Trainer versetzt ihn in die privilegierte Position, die Bedürfnisse junger Talente zu verstehen und ihnen bei ihrer beruflichen Entwicklung zu helfen. Adlerträger, erzähl mir in den Kommentaren. Was denkst du über diese Änderung mit der neuen Verpflichtung von Dennis Schmidt als Trainer? Hat es dir gefallen? Ja oder nein? Vergiss nicht, den Like zu geben, um deine Unterstützung für den Herzensverein zu zeigen und abonniere, indem du die Glocke aktivierst, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ein Update-Video herauskommt. Ich erwarte dich im nächsten Video!